Hallo, mein Name ist Gala, Firma NABALI. Ich bin jetzt in Riha. Das ist die Majhul, die wird mit der Hand gepflückt. Ich bin jetzt bei der Firma, die die Tattel sortiert und nach Deutschland schickt und das ist der Tattel von dieses Jahr. Er wird alles mit der Hand gepflückt. So sieht er aus hier. Die ist noch nicht reif, aber in einer Woche ist er komplett reif und da wird er mit der Hand gepflückt und da wird er dann nach Deutschland geschickt. Und wir verkaufen die dann in Weihnachten und Ramadan wird er verkauft und das ist von der palestinensischen Firma.